Hallo, hier ist Martin von meinem Anki, ist das die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 19.06.2024, damit nähern wir uns weiter dem Verfall und zum Dienstag war ganz richtig so erkennbar, ob das jetzt hier der DAX ist, der Bulle, der junge Bulle, der hier irgendwie versucht, aus dem Wasser wieder rauszukommen, aus dem Tümpel oder ob das schon ein kleiner Bär ist, der sich hier versteckt oder vielleicht doch was anderes, was hier den Fisch fängt und deswegen das Bild hier sinnbildlich dafür. Dafür, wir haben gestern darüber gesprochen, dass der nächste Knackpunkt jetzt die 220 werden würde, dass die wahrscheinlich auch gleich zur Eröffnung oder relativ früh auch anlaufen können, dass von dort eine Gegenreaktion eingeplant werden muss bis 150,100 runter. Wir haben uns unten angeguckt, dass 1880, 1860 nun Support ist und tiefer sollte er erstmal nicht, das wäre sonst als Warnsignal zu verstehen, Richtung 18.000 und tiefer. Und wir haben eigentlich, soweit die Analyse bis dahin bedient, weil wir an der 220, gut, haben drei Punkte gefehlt, aber knapp drunter eingedreht sind, dann sind wir eben auf die 1880, haben die 18100 bedient, haben die 1880 bedient, haben uns stabilisiert, wieder aufgedreht. Nur der Tagesschuss ist relativ tief, wir haben gestern, das ist die einzige Abweichung zur gestrigen Analyse im favorisierten Szenario, da hieß es nämlich, dass er dann den Tag so schon über 220, 62 abschließen sollte. Das ist ihm nicht gelungen, der Tagesschuss ist sogar einen Tacken tiefer als noch am Vortag, tut aber der ganzen Sache jetzt hier auch erstmal nichts ab, denn ihm gelingt damit erstmal weiter das, was er hier machen soll. Er soll hier ein bisschen einen Ruhepol bilden, ein bisschen zur Seite abschrammeln, haben wir gestern gesagt, das haben wir gesehen halt. Und von daher würde ich, solange der jetzt nicht anfängt, nach unten wieder Dynamik reinzubringen, den da haben wir zuvor noch im Update geschrieben, ja, für die Premium-Leute, dann erstmal auch wieder zudrücken. Und im Zweifel kann er jetzt einfach am Mittwoch die nächste Etappe machen und versuchen, 220, 260 zu greifen. Und dann kommt er hier schon langsam den interessanten Bereichen näher halt, ne. Gelingt ihm das, 260 hier dann irgendwie zu holen, dann kann er zum Donnerstag schon anfangen, ein bisschen zu stänkern. Und das war ja so ein Kerngedanke für den großen Verfall am Freitag, ja, dass insbesondere am Donnerstag, Freitag dann die Bewegung kommt. Sollte natürlich das Interesse sein, hier an der 18.000 zu kleben für den Verfall, würde man jetzt hier erwarten, dass er wieder tiefer rennt, auch die 18.000 unterstößt. Und dann kommt wirklich darauf an, wie bewegt er sich hier unten, ne. Er bleibt da ruhig, bleibt da trägen und da kommt die Dynamik rein. Und wenn die Dynamik reinkommt, ist es ein bisschen gefährlich, weil das die Basiswelle ist, an der er sich orientiert. Das heißt, er hat auch relativ viel Spielraum, nach unten sich richtig auszutoben. Also wenn die Dynamik kommt, würde ich persönlich mich eher ein bisschen zurückhalten, solange nicht klare Verweigerung unten zu sehen ist. Und man erkennt das, wenn ihr ehrlich seid, ihr erkennt das auch. Auch als, ich sag mal, Amateur oder als Anfänger erkennt man das auch, ob der Markt richtig nach unten durchschnauben will. Der einzige Unterschied zwischen erfahrenen und nicht erfahrenen Tradern ist nicht der, dass man das nicht merkt. Der Unterschied ist der, dass die meisten das merken und dann trotzdem gegenhacken und glauben, der macht noch was anderes oder diesmal nicht oder wie auch immer und geht da unten. Aber das merkt eigentlich schon jeder, ob der Schnaub da richtig Stress drin hat oder nicht. Und wenn er richtig Stress reinbringt, dann würde ich mich hier erstmal ein bisschen zurückhalten, weil wie gesagt, 29,88 wäre dann noch erreichbar. Dann wäre das hier nur eine Flagge und er könne das weitermachen. Dafür muss er aber mindestens unter der 18,60 erstmal drunter. Und dann wieder die 18.000 rausnehmen und dann geht hier nach unten ein bisschen Risiko auf, wenn er eben nicht gleich wieder auskontert. Das kann man hier zum Stand jetzt noch nicht ausschließen. Kann auch passieren, der sticht so wie eine Bärenfalle halt. Er sticht unten das Verkaufssignal an, dreht sich direkt um. Das wäre dann so ein Punkt, wo ich dann auch sagen würde, okay, wenn man dann einen Short drin hat, raus, weg. Den man erledigt halt. Also versuchen mit dem Markt zu gehen. Und die Erwartungshaltung, die ich tatsächlich habe, wäre, dass er erstmal das weiter vorsitzt, was wir von ihm hier eigentlich sehen wollten. Und das wäre jetzt die weitere Erholung noch in den Mittwoch rein. Das war die ganze Zeit unser Kerngedanke, den wir hatten. Und er hat ja den Dienstag weitestgehend bedient. Wir haben gesagt, 220, abzappeln lassen bis 100, ein bisschen geschrampt, alles da. Das Einzige, was fehlt, ist der höhere Tagesschluss. Und da, wie gesagt, drücke ich deswegen einfach mal die Augen zu und lasse ihm zum Mittwoch jetzt noch die Chance, hier vielleicht noch einen Tacken oben rauszukommen. Ihr könnt mir vorstellen, wenn er über der 200 handelt, dass er dann eben auch die Chance hätte, in die 260 reinzulaufen. Vielleicht sogar eine 300 schon mal anzuschnüffeln. Mehr müsste es gar nicht sein. Einfach, dass man den Freitag hier ein bisschen, 330, dass man den Freitag so ein bisschen aus dem Verkehr zieht. Und wenn das zum Mittwoch gelingt, hier noch ein bisschen höher zu kommen, dann stehen ihm zum Donnerstag eigentlich so ziemlich alle Wege offen, da richtig Randale zu machen. Also weiter das zu machen, was man hier eigentlich vor Augen hat. Ja, ansonsten unter 18.60 wäre ich ein bisschen vorsichtig. 18.000 wird aber durch den Verfall einfach eine wichtige Marke. Kann auch wirklich passieren. Dann stich ich einfach bloß nochmal drunter und dann zappelt er hoch. Und perspektivisch würde ich aber trotzdem bei Schwäche, bei Dynamik auch hier unten so eine 9.28.80 im Bereich stellen. Und das wäre dann nur eines der Ziele auf der Unterseite. Die 7.70 haben wir, 7.20 haben wir auch immer durchgekauft. Und das passt dann, guckt man von der Strecke her, passt das schon eher in der Proportion zu der. Und der Markt würde sich nachher, wenn das wirklich eine Flagge ist, an der vorherigen Weile orientieren. Und dann können wir uns sogar vielleicht noch mehr abziehen. Dann kann es sich fast bis 5.60 peilen, wenn der das bis da unten ausspielt. Aber noch kehren dafür die Signale, noch hat er eher diese Erholungstheorie bestätigt. Jeden Tag. Montag bestätigt, Dienstag bestätigt. Und letztendlich auch sogar Freitag schon die Erwartungsleitung gespielt. Mit diesem Tiefrausschießen, Erschwäche vortäuschen und so weiter und so fort. Also von daher, solange er da jetzt drin bleibt, solange er da mitmacht, lasse ich ihn den Platz nach oben. Seminar. Ein Teilnehmer habe ich gestern schon gesagt. Was ich gestern nicht gesagt habe, ist das Tradingview momentan. Da fragen ja immer viele hier mit der Charttechnik. Tradingview momentan wieder gute Angebote drin hat. Ich bin der Meinung, man kommt, wenn man gerade anfängt. Man braucht nicht unbedingt ein Abo bei Tradingview. Also das will ich keinem aufschwatzen, weil das braucht es nicht. Man kommt auch mit einem Gratis-Account eigentlich ganz gut zurecht. Aber ihr werdet merken, wenn ihr mehr mitmacht und deswegen an die vielleicht, die schon mehr mitmachen und das nicht mitbekommen haben, ist gerade eine Offer drin für 70%. Summer Sale ist das bei denen. Wer von euch vielleicht auch so ein Abo schon bei Tradingview abgeschlossen hat, ist es immer nützlich zu solchen Phasen da einfach nochmal drüber zu buchen, weil das dann wie ein Upgrade ist. Also wenn ich jetzt bei mir ins Konto reingehen würde, würde er auch stehen bis Ende 2026, weil ich das dann immer wieder nutze, wenn die das anbieten für 15 Euro glaube ich oder 17 oder so was oder Dollar sind es ja pro Monat. Dann dieses absolute Plus Premium Paket da, da hast du dann alles drin. Sondern ich brauche das für mich, weil ich es beruflich nutze. Ob ich es privat auch in einem Premium bräuchte, wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es kostet genauso viel wie das Plus jetzt. Von daher stellt sich die Überlegung gar nicht, kann man sich dann quasi für das Premium buchen, wenn man es dann doch irgendwann nicht mehr möchte und sich das dann verlängert ohne Vergünstigung kann man es rauszahlen. Ich würde euch mal den Gutscheincode hier in die Kommentare mit reinstecken oder was heißt den Gutscheincode? Einen Link einfach, das ist ein Link, da sind wir als Werbender mit drin, das heißt wir kriegen ein bisschen Geld in unsere Döner-Kaffeekasse rein, wenn ihr das über uns mit dran macht. Wie gesagt, man muss das nicht machen, aber gerade für die, die vielleicht schon bei Tradingview sind und kostenpflichtig teures Abbau haben mit hier 35 Euro pro Monat, bietet sich das an, das da einfach drüber zu buchen. Dann zahlt man da, was sind das, 15 mal 12 irgendwas um die 150, 200 Euro und hat ein Jahr Ruhe und hat dann unterm Strich halt wirklich wenig für bezahlt. Und das Schöne ist dann halt auch, dass man dann die ganzen Cross-Alarme nutzen kann, also wirklich viele Cross-Alarme nutzen kann, verschiedene Layouts, das ist auch mal ganz nützlich. Und wir machen, was man aber nicht kann, das muss ich auch dazu sagen, das hat heute auch im Chat schon jemand gefragt, diesen Xetra-DAX als Live-Chart, den bekommt man allerdings mit einem Premium-Paket nicht. Der ist trotzdem kostenpflichtig, wie wenn ich auch andere Börsenfeeds kostenpflichtig hinzumuchen muss, ja. Das muss man vielleicht auch dazu, ich glaube, das sind auch nochmal 9 Dollar pro Monat, die ich jetzt hier dafür bezahle, dass ich den DAX live sehe, oder beziehungsweise die Xetra-Kurse, auch die Aktien und so weiter und so fort. Also muss dann jeder für sich wissen, aber ich wollte es bloß mal gesagt haben, weil es gibt wahrscheinlich viele, die bezahlen da jeden Monat irgendwie ihre 35 Euro für irgendwie pro oder sowas und könnten jetzt hier halt für 17 Euro monatlich dann die Premium kriegen. Manche haben vielleicht überlegt, ob sie es mal machen, möchte aber auch klipp und klar sagen, man braucht es nicht zwangsweise gerade auch am Anfang, um ein bisschen rumzucharten. Ihr könnt gerne auf den Link klicken, könnt euch da erstmal registrieren, einen Gratis-Account machen und mit gucken, wenn ihr da auch bloß rumprobieren wollt. Da haben ja schon immer mal welche nachgefragt, was das eigentlich hier ist, mit dem wir hier malen. Ich nutze das ganz gerne, ich finde das ziemlich angenehm, auch durch die Watchlist, die man sich anlegen kann. Man kann sich verschiedene Watchlisten anlegen, Kryptowatchlist, das Watchlisten, hier Watchlisten. Man kann das mit seinem Handy synchronisieren, dann habe ich auf dem Handy die App, sehe dort meine Watchlist, kann auf die Charts, die ich am Computer habe, vom Handy aus zugreifen oder vom Tablet, also das ist schon ziemlich cool gemacht, TradingView. Ich arbeite eigentlich ziemlich gerne damit, habe früher mit IG, mit ProRealTime gearbeitet und die haben es dann einfach, weiß nicht, das hat mir dann auch gar nicht mehr gefallen. Also, dass dem so viel Morgs gemacht, TradingView macht da schon relativ vieles richtig gut. Auch die Daten, wie weit man zurückgehen kann, das ist vielleicht auch wichtig, beim Premium ist das erweitert. Das heißt, wie weit kann ich hier nach links zurückscrollen, das ist unendlich weit bei mir. Dadurch, dass ich das Premium da habe, ist manchmal ganz hilfreich, wenn man auch diese Tagesregeln oder sowas überprüfen will oder gerne für sich so ein bisschen selber Statistiken aufstellen will. Ja, ich packe euch den Link einfach hinten mit rein. Wie gesagt, falls da jemand Interesse mit hat oder das so eine Option ist, könnt gerne über unseren Link, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt es auch selber so abbuchen. Aber ihr zahlt nicht mehr, wie wenn ihr es bei denen über die Seite macht und so kommt bestimmt was bei uns in die Kaffeekasse rein, können wir uns mal einen Döner zum Mittag leisten, Alter. Dann ist das fein. Jut, Freunde, das soll soweit sein. Dax war mir durch. Im Seminar habe ich auch gesagt, noch ein Teilnehmer. Auch wenn ich mir heute hier ein bisschen irgendwie meinen Laptop, glaube ich, geschrottet habe. Der stand mal kurz fünf Minuten im Regen, das geht irgendwie nicht mehr an. Und, aber der ist immer so, das ist eine kleine Zicke, das ist ja immer die letzten, ja, gefühlt zehn Monate jetzt wirklich schon drei, vier Mal durch das Theater. Ich hoffe, ich kriege morgen wieder einen Gang. Mal gucken. Deswegen heute auch kein Vorspann und so weiter und so fort. Deswegen kann ich sogar gerade nicht auf die Mails antworten, falls jemand nach dem Seminar fragt, aber stand gestern noch einen Platz frei. Ich hoffe, dass jetzt nicht 20 Leute schon nachgefragt haben nach dem einen Platz. Aber, ja, ich mache hier aus, wünsche euch Spaß, gutes Gelegen, wir hören uns morgen. Ciao. 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 Vielen Dank.